Meine Damen und Herren, wir sind heute wieder hier am Eislaufplatz in der Eishalle und heute gehen wir mit dem Training-Camp aus und wir fahren mit Ihnen an, oder? Los geht's! Wir sind heute hier am Eislaufplatz. Wir sind heute hier am Eislaufplatz. Wir sind heute hier am Eislaufplatz. Kein, noch einmal! Noch einmal bitte! Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020